Gut, lassen wir ihn einfach mal kommen. So, man hörte ihn jetzt stampfen. Er ist auch ein leiser Gesänder. Gut, von hier aus können wir ihn dann hierhin beobachten. Nein, nein, nein. Hm, ich würde mal sagen, schlecht. Ich habe ja auch gerade zweimal gedreht. Alles klar. Gut. Ah, gehen wir mal hier gucken. Hier ist derzeit keiner. Hier hat auch einer dran gedreht. Erstmal selber verdrehen. Gut, da ist keiner. Gehen wir mal rein. Das Casino. Warte mal, wann macht er nochmal hier die Drinks? Jetzt ist ja übrigens Dings hier in Gefahr. Ne? Kann man gleich mal gucken. Ich wollte mal ganz kurz die Uhrzeit noch wissen, wann kommt er mit den Drinks hier raus? Stimmt, ich wollte mich ja hier drin verstecken. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Da kann ich da spicken. Das könnte ich jetzt mal eben checken. Das funktioniert. Ich würde sagen, ich muss das auch noch ändern mit der Zeit, also mit dem Bild. Ich lasse das mal so, dann sieht man eine Mühle. Um die Uhrzeit habe ich ihn ja, glaube ich, losgeschickt. Genau. Gut, wir machen jetzt was anderes und zwar starten wir den Tag neu. Boah, wir haben schon wieder so lange gespielt. Das ist Wahnsinn, Alter. Ich verschlinge das Spiel gefühlt. Es kostet für mich aber auch viel Zeit, das Ganze immer rauszufinden und alles. Komm, steh auf, du Lama-Sack. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, reiner mit dir. Ah, okay. Rein mit dir. Ist hier ein Schrank oder so? Nee. Leider nicht. Gut, wir müssen kurz warten, bis hier die Frau rauskommt. und die geht ja nach oben und irgendwann dann kommt von da einer raus, von der Tür hier. Na komm. Da müsste sie jetzt kommen. Genau, da ist sie. Und jetzt müssen wir theoretisch nur warten. Ich möchte wissen, wenn er hier durchkommt, durch welche Tür er geht. Schön, ihr seid. Den Code kriegen wir auch noch raus. Von dem Raum da hinten. Ah, jetzt kommt er raus. Der bringt aber auch direkt den, 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 äh, Dingens mit. Ne? Alter. Äh, gut. Gehen wir mal hier durch. Gehen wir mal hier durch. Hier ist gerade keiner. Boah, bitte lass in dem hinteren Raum keiner sein. Also hier in dem hier. Perfekt. Perfekt. Äh, zeigt, äh, zeigt, äh, zeigt, äh, zeigt, äh, zeigt, äh, CCTV, Kamera 3, die Kamera muss ausgeschaltet sein, der Bildschirm zeigt nur ein Rausch. Ein Einwegsspiegel, durch den man in die Spielhalle sieht. Die große Bildschirm zeigt Filme, um die passende Stimmung zu schaffen. Aber, äh, zeigt, äh, zeigt, äh, zeigt, äh, dela ist da, ist ja, ist ja, ist das sehr gut. Und jetzt... Ich sehe von hier nicht gut. Jetzt... Hier ist noch gar keiner drin, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Schlüssel. Ich bin bereit zum Laufen. Gucken wir mal, ob wir die Codes entschlüsseln können. Jawoll! Sehr gut. Da ist der Gun. Die Kiste mit einem großen Vorhängeschloss. Nein, eine stachlige Kiste mit einem großen Vorhängeschloss. Alles klar. Mit dem Stapel von Kontobüchern Reihen in Reihen. Alles klar. Gehen wir mal weiter hier. Dass wir keine Dingsmaske hatten gerade. Dies ist eine Urne aus erlesenem Mosaikglas. Der Spiegel ist wunderschön gefertigt und auf Hochglanz poliert. Wieso gibt es hier keine Tür? Karte. Hier ist ein Durchgang, glaube ich, ne? Glaube ich zumindest. Wir haben aber auf der Karte wieder etwas frei... Ah, und zwar... Diesen Raum. Diesen Sicherheitscode für das Casino. Geil. Überall der gleiche Code. Jetzt haben wir hier ein Kamin. Ein Steinkamin. Sehr schön. Und was ist das? Ein Kamin? Der Kamin ist riesig und reicht weit in die Mauer hinein. Auf der anderen Seite ist ein Mottenzeichen eingeritzt. Die haben es aber überall mit Motten. Auch hier waren so Masken, Mottenmasken und sowas. Puh, gut. Gut. Debe, 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 debe. Gut. Wir haben jetzt auch hierfür das Ganze. Ich guck mal ganz kurz hier nach. Und zwar haben wir ja hierfür jetzt den Code. Ah. Ich will mal sagen, wir gehen da mal rein, ne? Das nehmen wir mal auf. Aha. Ein Keller, ein Untergrund mit einer Tür. Gut, das sind nur Bilder. Was ist hier hinter? Oh. Zwei blaue Türen. Wir gehen mal rein. Ach, da geht's hoch. Da geht's ja hoch. Schlüssel der Alten. Für Details ins Inventarschaum. Machen wir auf jeden Fall gleich. Wir schauen trotzdem mal ganz kurz hier vorbei. Was befindet sich wohinter? Hier ist nochmal eine kleine Bar. Ich gehe davon aus, dass hier der Schuss herkam. Wie aus diesen, einer dieser drei Räume. Dem, wo wir jetzt gerade sind. Dem oder dem. Popcorn-Maschine. Ist ja auch nochmal so ein, so ein Casino-artiges Etwas. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal direkt hin. Denn es ist schon wieder Samstag. So, wir stehen natürlich direkt auf. Wir gehen jetzt direkt hier durch. Ich gebe dir auf die Fresse. Und die Codes haben wir natürlich alle gemerkt. Alle. Rundum kennen wir jeden Code. Einmal das. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Scheint ja da zu sein. Wir gehen mal rein. Wenn nicht, gehen wir wieder raus. Aber es dürfte eigentlich klappen. Okay. Gucken wir mal ganz schnell hier rein. Ist auch keiner. Da müssen wir jetzt gleich irgendwo in der Nähe des Schusses liegen. Ah. Der hatte daran gedreht. Ah, da ist der. Alles klar. Der mixt jetzt wahrscheinlich diesen Punch. Wir warten trotzdem mal ab. Schläft der? Ähm. Macht der echt ein Dickerchen? Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Holla. Okay. Ah. Jetzt passiert ja nicht hier was in der Bude. Mr. Ruins. So. Wer erschießt hier wen? Das ist ja eigentlich langsam der Schussfall. Der war ja schon ziemlich früh. Na, da können wir jetzt mal gucken. Schnell mal hier gucken. Ah, doch. Doch, 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 doch. Da, da. Verpasst. Okay, wir nehmen mal den Schlüssel auf und gehen jetzt mal hier hoch. Okay. Dieser Schrank ist leer. Dir kommt der Raum sehr bekannt vor. Ein Déjà-vu. Und es ist noch... Es ist noch nicht passiert. Wir haben hier zwei Türen. Ein Aquariumraum mit zwei Türen. Und hier oben. Raum, da können wir erstmal reingehen. Können wir hier gucken. Das sind Schlafgemächer wahrscheinlich. Was haben wir hier? Ein Kaminraum mit weiteren zwei Türen. Kein Geräusch. Wir gehen mal rein. Okay. Okay. Wir gehen wieder raus. Schnell hinterher. Das war ja sehr gebuckt. Ähm. Will er blue? Die Flamme im Dunklen. Sehr bizarr. Das ist wohl die letztnächste Person. Alles klar. In Déjà. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich wollte da noch gucken. Ah, verklickt. Ich hab mich verklickt. Nein. Sie ist da. Sie will... ... ... Dein Ernst? Jetzt kommen wir rein. Knochenschlüssel für Details ins Inventar schauen. Wollen wir mal kurz hier reingucken. Hier sind Fische. Jetzt dreht wieder einer irgendwo dran. Was haben wir hier? Ihr Körper schwingt über der Dunkelheit. Sicherheitsbedingt gewählen wir mal kurz hier rein. So. Alles klar. Sie müssen wir als nächstes retten. Wir müssen mal ganz kurz auf die Karte schauen. Obergeschoss. Wo hängt die denn? Nicht möglich. Außer wenn es sehr hoch ist. Also hier ist das Treppenhaus. Und wir brauchen theoretisch nur runter gehen. Hier war die Treppe. Äh. Ne. Hier war die Treppe. Da. Da ist die Treppe. Wenn wir dann einfach nur runter gehen. Dann wäre dieser tiefe Bau irgendwo hier. Funktioniert nicht. Da war ja ein Raum. War ja kein Loch. Aber ich dachte, dass das irgendwie hier in der Ecke sein könnte oder so. Aber ist nicht so. Gut. Also langsam füllen sich die Räume. Den Raum kennen wir ja schon. Das ist ja hier. Hier dieser Bereich. Da ist eine Uhr. Also die Uhren. Genau. Die, die wir schon haben, werden halt angezeigt. Hier ist auch noch eine. Die müssen wir auch noch machen. Alles klar. Gut. Wissen wir Bescheid. Machen wir auch erstmal. Und einmal die Uhr zurückdrehen. Beziehungsweise reparieren. Das ist eine Kunstvolle verzierte. Aber sie muss aufgezogen werden. Es gibt keine offensichtliche Möglichkeit. Das mit der Uhr zu benutzen. Achso. Müsste ja dann eigentlich so sein, ey. Vielleicht, wenn ich die Uhr. Nichts vielleicht, wenn die Uhr auf. Ich will die doch aufziehen. Ach komm. Schauen wir erstmal hier rein. Hier haben wir nur einen. Raum mit einem komischen Objekt da unten liegen. Ein langer Flur. Was auch sonst. Hungiatalismann. Okay. Schauen wir uns gleich mal alles an. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir ein bisschen weiterkommen. Da ist wieder was Liederndes. Gibt es hier wieder eine Macht, dass ich nicht durchkomme? Nein. Ein. Gemach. Ah, hier ist der Oberteil. Gehen wir mal durch. Dann können wir uns mal eben die Karte da oben holen. Die Peak. Sechs. La 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 la. Hier haben wir einen Raum mit einer Truhe. Was haben wir hier? Genau. Hier ist wieder so ein länglicher Raum, wo es da wieder Abspaltungen gibt. Wir gehen erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Auf dem Schreibtisch befinden sich verschmiertes Make-up sowie ein Stift und Schreibpapier. Das oberste Blatt scheint abgerissen worden zu sein. Gut, gut. Was haben wir hier? Ist, sinkert Wasser durch, das sich auf dem Boden sammelt. Die Wand fühlt sich feucht an. Warte mal. Wasser? Kurz überlegen. Nee. Kann nicht sein. Ich dachte, dass darum vielleicht hier in der Nähe von dem Wasser hier sein könnte, aber der Raum liegt irgendwo hier. Hä? Wasser? Okay. Was haben wir hier? Ein Gemälde von Aquila Bellis. Es wurde von Ebonis signiert. Was wurde da jetzt verwendet? Seltsam. Es ist kalt. Ich will die Kerze anzünden, aber dies scheint nicht der richtige Weg zu sein. Nein. Anzünden? Das Ding ist an. Gut, es ist wieder Zeit zu gehen. So, um 7 Uhr ist es geschehen. Ich habe also 7 Stunden Zeit, das Ganze zu bearbeiten und zu ändern. So, wir schauen mal ganz kurz auf die schlaue Karte. Haben wir ja nichts mehr, aber ich zwar freigeschaltet. Hier gucke ich mal, dass ich mit der Uhr da irgendwie mal klarkomme, dass wir da irgendwas hinbekommen. Wir müssen Gas geben, wir müssen uns beeilen. Und ich weiß ja, dass hier keiner war. Und entsprechend können wir jetzt mal erstmal durchmarschieren. Kurz auf die Karte gucken. Genau. Einen müsste ich ja noch weiter. Da ist aber noch zu. So, wir gehen erstmal nach oben. So, einmal kurz gucken. Okay, da war noch nichts. Ah. Warte, das ist doch die, die auch stirbt. Diese Gärten. Ich hoffe, Willow geht es gut. Ja, das hoffe ich auch. Irgendwie stirbt hier immer wieder einer. Komm, die soll weiterlaufen. Ich will nur wissen, dass die da auch irgendwo hergegangen ist. Komm, beil dich. Trantüter, ist da unten mit zu lang. Beil, beil, beil. Gut, gehen wir mal durch. So, ich will da direkt mal durchlatschen jetzt. Ob da schon jemand ist oder war. Nein, noch nicht. Jetzt gab es einen Schuss. Das ist alles an der Glocke verbunden. Das ist an der Wand festgemacht. Ich will schnell mal hier reingucken. Hier ist ein Zimmer mit Tür. Ah, da kann man eine Uhr aufziehen. Und da ist noch eine Karte. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Das nehmen wir uns mal auf. Die Icaro 5. Und wir beeilen uns mal eben hier mit. Ein Schlüssel. Was haben wir hier? Wie ist das mit einem Vorhängsschloss verbunden? Wir haben diesen Schlüssel. Dann nicht. Die IP-Launch. Okay. Schlechter Winkel, würde ich mal sagen. Schlechter Winkel, würde ich mal sagen.